Und es geht weiter mit Mafia 1, die Definitivität hin. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ja, Leute, abonniert, aktiviert die Glacke, lasst eine Bewertung her. Schaut unten in der Videobeschreibung. Da ist mein Insta, Twitter, alles verlinkt. Okay, diese Fahrt wird, glaube ich, nicht langweilig. Leute, es gibt nur noch drei Missionen. Ich habe vorhin geschaut. Die hier und dann noch drei. Und dann war es das auch. Dann ist die Geschichte vorbei. Ihr glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Was hast du gedacht? Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit. Woran arbeitest du? Spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, habe alles genau geplant. Ich brauche nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach den Dingen teilabgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauly. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber... Wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauly. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Ah, macht dir keine Sorgen. Alles klar. Ach, Pauly. Finde und stiehle ein Zolllaster. Kann ich jetzt einfach hier den Laster mitnehmen oder wie sieht es aus? Perfekt. Mark da drüben, Tom. Alles klar, Boss. Mir geht gut so. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los. Wow, 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 wow. Los, Bewegung. Ist ja gut, ist ja gut. Flucht. Gemütlich da hinten, Tom. Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung, nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge, um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Als ob die mich nicht sehen. Eure Papiere? Ach, äh, Mist. Äh, Pete. Hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Scheiße. Was jetzt? Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit. Okay. Okay, Tom. Das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerunzigarren. Kamen in einem Boot namens The Bohemia. Angedockt am Dienstag, den 23. Ja? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Ich hab mir alles gemerkt, ey. Direkt zurück. Alles gemerkt. Da ist er. Ja, was soll los sein? Die schieben schon Verdacht. Ähm. Ich hab mir immer als ne Nadel im Heuerhaufen zu finden. Such einfach was, das Feen am Platz tut. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in ner Woche. Dann wirst du für ne Woche bezahlt. Heuer nicht. Aber okay, ich kann kämpfen ohne das. Okay, perfekt. Okay. Perfekt. So muss sein, ey. Geil. Shit, der darf nicht schießen. Also keine Schüsse. Scheiß auf die Schrottflinte. So, perfekt. Perfekt. Hier ist ein. Was ist hier? Zolltiv so. Ich hab die Zigarren aus dem Lager gegeben. Ich hab den Verdacht, dass eine der Kamer und die Gäste voran geschlagen haben. Ja, und kontrolliert die Westen. Wenn du da bist. Viel Glück. Das wird helfen. Okay, das heißt, ich muss runter. So lange die nicht schießen, ist alles im grünen Bereich. Okay. So lange die nicht schießen, ist alles im grünen Bereich. Perfekt. Nein. Okay. wir schnappen uns jetzt mal was sie ist ich bin diesmal von von der anderen seite gelaufen die bohemia ziger univer steuert unversteuert unversteuert lager die kissen sind in der lagerhalle alles nur müll dafür hast du lang gebraucht ich muss hier irgendwie weg was haben wir hier ich glaube ich habe alles was ich wissen muss denke ich jetzt mal okay hat aber gar nichts mit dem mission zu tun oder irgendwas ich verstehe das nicht wieso die einfachen hitle einbauen das nicht schießen so das ist meine letzte chance gewesen ich war gerade richtig leise der hof ist so riesig also jungs überprüft jede kiste dann brechen wir sie auf es sind hunderte oh wie schön für euch habt die ganze nacht zum suchen fahr ursprünglich richtung online fort grund für beschafferte hafen weiße unversteuerte ware das wird helfen komm ich zum sektor d2 sie sehen uns nicht die sehen uns nicht die sehen uns nicht Wie schön spielen muss er. Das ist übel. Krasse. Okay, die hier oben habe ich jetzt. So, unten ist die Ware. Ich weiß nicht, in welchem Sektor ich gerade bin. D2. Oh, geil. Nice. Nichts. Hier auch nicht. Oh Mann, jetzt reicht's. Als ob es das Letzte ist. Okay, perfekt. Hier ist der. Ist alles drin, was wir haben wollten? Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Das ist die Letzte. Verschwind mir. Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Scheiße. Hört ihr das? Los, Tom. Gib Gas. Los, los. Hey Mann, ey. Mann, Tom. Nicht gemütlich hier, oder? Wo sind sie? Die Fans werden uns dafür steinigen. Schon wieder. Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Ja, hoffentlich. Oh, zur Hölle warst du auf dem Gelände. Wir wollten schon aufgeben. Es war ein Labyrinth. Ein Wunder, da was zu finden. Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan. Mehr Fakten. Warum? Er hat die Diamanten doch gefunden. Ja, aber nächstes Mal. Was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss fahren. Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar. Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Leute, soll ich euch ehrlich was sagen? Ich habe ungefähr fünf, oder über fünf Minuten gebraucht, um, dass ich die loswerde. Wir können endlich wieder raus und jetzt die Fahrt wird wieder lange dauern. Aber für euch ist egal, denn hier sind wir. Habt ihr gemerkt, den Cut dazwischen. Dort auf der Brücke habe ich gesagt, denn, und dann hier, ja, gecheckt, alles gut. Hey, Pauly! Bist du okay? Ja. Ja, aber ein paar Kisten sind jetzt durchlöchert. Wie schlimm ist es? Die ist am schlimmsten dran. Ah, sieht nicht gut aus. Der Don wird sauer sein, wenn die Zigarren ruiniert sind. Was zur Hölle? Scheiße. Das ist Stoff. Sicher? Ja, bin ich. Wo sind die Diamanten? Gibt keine. Das ist die wahre Beute. Nein. Nein, 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 nein. Der Don sagte, wir klauen Diamanten. Du kannst jede Kiste öffnen. Da sind keine. Wir setzen unser Leben für diese Scheiße aufs Spiel? Sieht so aus. Beruhig dich, lieber Pauly. Der Don kommt zu Scheiße. Wir sagen kein Wort darüber zum Don. Wenn wir es hätten wissen sollen, hätte er es uns gesagt. Er war nicht ehrlich. Ja, aber vorerst. Halten wir unsere Schnauzen. Klar? Ja, okay. Pauly? Ja, ja, ich werde nichts sagen. Habt ihr Probleme, Jungs? Eine der Kisten hat was abgekriegt. Wirklich? Ja, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sind ein paar Zigarren kaputt. Aber sonst sollte die Ware okay sein, Boss. Außerdem gibt's ja nichts härteres als Diamanten. Außer meinen Schwanz vielleicht. Na, bravo, Jungs, bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Sollen wir die Kisten in die Lagerhalle bringen? Nein, ihr könnt gehen. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Was hab ich gesagt? Okay, Boss. Wir hauen ab. Sir, bring mich zurück zur Bar. Klar, Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Okay. Wir sehen uns. Verdammt. Ich hab die Schnauze voll. Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben. Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt? Die Bank? Ja. Mir egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Machst du mit? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Alter, der Don, ey. So ein... Alter, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja. War vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht. Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe kein Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und... Ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Du musst an deine Familie denken. Vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mach ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach nem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile ne Kugel. Ach, Mann. Ich bin schon seit langer Zeit soweit. Wir sitzen hier rum seit sechs Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werd langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlaf ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich hab die Scheiße schon tausendmal gehört und am nächsten Tag, am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Ohse. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen... Keine Ahnung. Dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ha, ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Vielleicht. Paul ist sympathisch, ey. Ohne Spaß. Der kommt mübel sympathisch rüber. Schwarzarbeit. Genau. 1938. Ich kümmer mich um die Leute, du um den Direktor. Mach was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht fünf Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraum Schüsse hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels. Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung, oder? Das knallt! Aber Leute, das war's mit der Folge. Das war wieder echt zu lange, aber egal. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung. Da schaut unten in der Videobeschreibung. Da ist natürlich alles verlinkt. Hade. Das war's mit der Folge. Ich bin bereit.